Hallo, ich habe euch auf dem Klavier zwei Lieder aufgespielt und in beiden Liedern geht es um Tiere. Ja, und ich bin nicht ganz sicher, ob ihr beide kennt. Auf jeden Fall, in dem einen Lied geht es um zwei graue Tiere. Also, beide sind grau, aber sie sind ganz verschieden. Einer kann fliegen und einer ist auf dem Boden. Und es ist ein kleines Tier und ein großes Tier. Und in dem anderen Lied geht es auch um einen Vogel und der ist weiß und schwarz. Oh, weiß und schwarz macht auch grau, wisst ihr das? Na ja, aber erst weiß und schwarz und rot. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, um welchen großen Vogel das geht. Und wenn ihr die Lieder nicht kennt, dann müsst ihr nur ein ganz kleines bisschen Geduld haben, weil ich habe sie euch auch aufgesungen und dann werde ich sie euch später schicken. Aber so lange könnt ihr raten, ob ihr vielleicht wisst, um welche Tiere es sich handelt oder ob ihr das Lied kennt. Und vielleicht kennen auch Mama oder Papa oder Oma und Opa das Lied, weil die beiden Lieder gibt es schon ganz lange. Sie sind ganz alt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Raten. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020